Wühlen Sie auch öfter in Ihren Erinnerungen? Haben Sie diese womöglich auf VHS oder gar auf Super 8 verewigt? Und wollen Sie diese in toller Qualität wiedererleben? Wir haben die Lösung für Sie. Sehen Ihre Erinnerungen so aus? Wir übertragen Ihre Schmalfilme mit professioneller Filmabtastung auf DVD und Blu-Ray. Manuelle Farb- und Helligkeitskorrekturen sorgen für beste Ergebnisse. Links eine Amateurkopie, rechts die Vor-Video-Qualitätsabtastung. Auch für Ihre Videoaufnahmen steht aufwendige Studiotechnik zur Verfügung. Damit können bis zu 140 Minuten Video auf eine DVD übertragen werden. Auf Wunsch stellen wir Ihre Dateien auf unser MyCut-Portal. Dort können Sie einfach eine Schnittfolge festlegen, kürzen und Texte und Blenden einfügen. Unsere Profis gestalten auf Studioschnittplätzen ein perfektes Endergebnis auf DVD oder Blu-Ray. Bringen Sie Ihre Filme und Bilder zu unserem Partner.